Hier ist Jiyiyiyiyiyunit Ja, ich habe gesagt, ich werde das mit meinen Abonnenten durchmachen Ich werde ab und zu auch mal ein paar Teamkollegen mit reinpacken Weil immer nur Abonnenten Mal gucken wie es läuft Wie könnt ihr daran teilnehmen Und zwar, ihr müsst euch einfach bei Facebook hinzufügen Also der Link steht da unten in der Beschreibung Einfach mein Account adden Habt euch noch 600 Plätze frei oder so oder 500 Und genau einfach hinzufügen Und ich werde dann immer ankündigen Wenn ich hier Road to Commander mache Und dann könnt ihr einfach euren Gamertag runterschreiben Beziehungsweise den Oder die ID von eurem Steam Account Dann kann ich euch hinzufügen Und dann können wir auch mal ein paar Runden zusammenspielen Weil wenn ihr mir jetzt die ganze Zeit hier PNs auf YouTube schickt Dann weiß ich nicht, habe ich da 100, 200, 300 private Nachrichten Und dann gehen die ganzen anderen Nachrichten unter Und das wird mir auch ein wenig zu stressig Deswegen einfach auf Facebook adden Weil da habe ich einen besseren Überblick Und ich würde sagen, wir nehmen euch auch mal die erste Runde auf hier Oder so, ne, Ayakob? Ok, ok, ok Und ja, wie gesagt, wenn ihr mitmachen wollt Edit mich auf Facebook Und ich werde es immer posten, wenn ihr mitmachen könnt Und dann zockt man einfach hier bis Level 70 Vielleicht macht ihr es auch ganzes Zoll Bis Prestige Level 10 Obwohl es ein Jahr dauert Aber hey, was soll's, he Das Playgops ist eh noch lange Zeit Und ja, ich würde sagen, haut rein Jungs, Mädels Viel Spaß beim Essen Tschüssi Tschüssi